Herzlich willkommen bei der Sendung Geld. Einen schönen Abend. Wenn man jetzt im Sommer ins Ausland in die Ferien fährt oder fliegt, sollte man sich frühzeitig auch schon Gedanken über sein Feriengeld machen. Je nachdem, mit welchen Zahlungsmitteln man seine Ausgaben im Ausland begleicht, hat man dann eine höhere oder günstigere Belastung. Für das Geld ist oft ein eigentliche Gebührenfall. Vor allem beim Geldwechsel im Ausland oder dann, wenn man Fehler beim Geldbezug im Ausland macht. Wer erst vor Ort im Ausland wechselt, erlebt nicht selten ein blaues Wunder, weil das Geld zu unvorteilhaften Kurs gewechselt wird und meistens auch noch Zusatzgebühren anfallt. Damit man möglichst viel von seinem Feriengeld wirklich für die Ferien hat, lohnt es sich darauf zu achten, wie man Bargeld wechselt, ob man Debit- oder Kreditkarteinsätze oder Mobile-Payment-Möglichkeiten nutzt. Begrüßt jetzt Alexander Fellner, Leiter Privatkunden St. Gallen und Digital Banking bei der Akrevis Bank. Trotz digitaler Zahlungsmöglichkeiten kommt man im Ausland doch nicht ganz um Bargeld herum. Wie stellt man sich, dass man einen möglichst guten Wechselkurs hat? Also in dem Moment, wo Sie sich Gedanken machen, was in den Reisekoffer rein muss, sollten Sie sich auch überlegen, was für Zahlungsmittel Sie mitnehmen. Ich selber nehme manchmal ein bisschen Bargeld in der jeweiligen Fremdwährung schon für den ersten Tag mit, um auch ein bisschen flexibel zu sein. Wenn Sie vor Ort sind und dort noch müssen oder möchten Bargeld wechseln, dann empfehle ich Ihnen einfach, dass Sie das nicht jetzt irgendwo in einer dunklen Seite gas machen. Dann gibt es eine Überraschung. Dann gibt es eine Überraschung, was Kurs und Gebühren angeht. Sondern machen Sie das idealerweise bei Ihrer Hausbank zuhause. Da dürfen Sie davon ausgehen, dass Sie einen guten Kurs bekommen. Und wenn Sie vor Ort sonst noch mal Bargeld beziehen möchten, empfehle ich Ihnen auch dort, sich mit entsprechenden Karten einzudecken, dass Sie dort auch an einem Bankomaten Geld beziehen können. Jetzt kann man in Europa auch gut mit Debit- oder Kreditkarten zahlen. Für welchen Zweck ist es günstiger, wenn wir jetzt eine Debitkarte nutzen? Also die neue Debitkarte, die ja jetzt schon ziemlich die Meisterbanken eingeführt haben, hat viele Funktionen, die wir noch von der Kreditkarte her kennen. Für mich ist es eine alltagstaugliche Karte. Also absolut, ob Sie jetzt ein Hotel reservieren, buchen oder einen Flug buchen oder ob Sie den Eintritt für eine Sehenswürdigkeit zahlen oder ob Sie schlicht einfach auch shoppen gehen. Für das können Sie die Debitkarte wirklich sehr, sehr gut einsetzen. Thema Bankomatenbezug unbedingt mit der Debitkarte machen. Da sind Gebühren einiges tiefer, als wenn Sie das mit der Kreditkarte machen. Und in Bezug auf Jahresgebühren oder Transaktionsgebühren, da gibt es Unterschiede. Da empfehle ich Ihnen einfach, sich auch vorgängig zu informieren. Aber eines ist sicher, die Jahresgebühr von der Debitkarte ist günstiger als die von der Kreditkarte. Sie sagen eben, mit der Kreditkarte sollte man kein Geld im Ausland beziehen. Wem macht trotzdem die Nutzung der Kreditkarte in den Ferien Sinn? Ja, die Kreditkarte hat den Vorteil, dass sie gewisse Zusatzdienstleistungen mit sich bringt. Gerade wenn es um das Thema Reise geht, sind Versicherungsleistungen interessant. Wir reden hier konkret von Gepäckversicherung oder Gepäckverspätungsversicherung, Reiseannulationen oder dann auch wenn sie einen Mietwagen ermietet, das Thema Selbstbehalt. Das wäre alles versichert. Auch hier gibt es aber Unterschiede von Karte zu Karte. Informieren Sie sich auch hier vorgängig vor der Ferie. Aber es ist sicher gut, eine Kreditkarte in der Ferie dabei zu haben. Immer stärker verbreitet sind auch im Ausland mobile Zahlungsmöglichkeiten mit dem Smartphone. Wer während der Ferien sein Portemonnaie mit dem Bargeld oder der Plastikkarte nicht mit an den Strand oder auf einen Ausflug mitnehmen will, kann sein Espresso oder sein Glacier an vielen Orten dank Mobile Payment Zahlungsmöglichkeiten auch mit dem Smartphone begleichen. Dafür kann man verschiedene Apps nutzen, wie verbreitet ist auch im europäischen Ausland Apple Pay. Welches sind aus Ihrer Sicht Vorteile, wenn man in den Ferien gerade eben auch Mobile-Payment-Möglichkeiten einsetzt? Wenn Sie nur mit dem Smartphone bezahlen, so wie ich, dann brauchen Sie eigentlich kein Portemonnaie mehr. Sie können das Portemonnaie im Hotel oder im Safe reinlassen und gehen dann so raus. Wenn Sie ein Smartphone nutzen für Mobile Payment, werden Sie sehen, dass es sehr einfach und sehr bequem geht, vor allem sehr schnell. Und es ist auch sicher. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie müssen jede Transaktion entweder mit dem Code oder auch über Gesichtserkennung, Face-ID noch einmal bestätigen. Und ja, wie gesagt, ich bin ja eigentlich in mir wie im Ausland nur noch mit dem Smartphone unterwegs, wenn es die Zahlen angeht. Und ich empfehle, das jedem einmal auszuprobieren und sich selber ein Bild davon zu machen. Welches sind die Nachteile? Also Mobile-Payment-Zahlungsmöglichkeiten sind ja nicht gratis. Also wenn Sie ein Handy haben, das nicht mehr funktioniert, dann haben Sie ein Problem, das ist ja so. Aber im Normalfall ist das ja nicht der Fall. Und wenn Sie Ihr Handy so einsetzen, dann haben Sie nicht explizite Zusatzkosten. Nur allein, weil Sie mit dem Smartphone zahlen, sondern es ist ja so, dass da eigentlich, Sie können sich so vorstellen, Ihre physische Karte, die Sie bis jetzt im Portemonnaie hatten, ist eigentlich eins zu eins virtuell auf Ihrem Smartphone hinterlegt. Und dementsprechend kommen eigentlich Jahresgebühren, Transaktionsgebühren, so anwendig, wie Sie es vorher schon gekannt haben. Gut, unabhängig davon, ob man jetzt digital oder mit der Karte zahlen. In den Ferien wird man oft gefragt, ob jetzt der Betrag soll in Schweizer Franken oder in lokaler Währung abgebucht werden. Was ist besser? Eine klare Antwort oder ein klarer Ratschlag können Sie, wenn Sie diese Fragen beantworten müssen, immer die jeweilige Landeswährung, also die Fremdwährung auswählen. Weil nur so ist sichergestellt, dass die Transaktion, also dass der Wechsel in Schweizer Franken quasi zu Hause passiert, in der Schweiz, bei einem lokalen Kartenanbieter. Und da haben Sie in der Regel wirklich den besseren Kurs. Danke vielmals für die Einschätzungen, Alexander Fellner. Nachdem wir jetzt auch viel über Feriengeld gesprochen haben, hoffe ich, dass wir bei Ihnen erst recht viel Vorfreude auf Ihre Ferien geweckt haben und Sie dank unseren Tipps Ihre Ferienbatze optimal nutzen können. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Sommerferien und eine gute Entspannung. Einen schönen Abend.